Wissen schadet nur dem, der es nicht hat. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute reinschauen, denn wir wollen Ihnen ein bisschen Wissen vermitteln in unserem zweiten Teil von 1A-Arbeitgeber werden, sein und bleiben. Warum es auf dem Weg dorthin wichtig ist, Ihre Mitarbeiter immer auf dem Laufenden zu halten? Unternehmer Rolf Steffen hat die Antworten. Die Kunden zahlen und der Chef gibt es wieder aus. Werden solche Sätze auch in der Gerüchteküche in Ihrem Betrieb serviert? Das schadet Ihrem Unternehmen. Wie Sie das verhindern? Hier kommen fünf Tipps. Herr Steffen, viele Chefs möchten ja auf gar keinen Fall eins, nämlich dass Ihre Mitarbeiter zu viel darüber wissen, was hinter den Kulissen im Betrieb passiert. Das wirkt eine entscheidende Gefahr, sagen Sie. Welche ist das denn? Ja, ich habe Verständnis für alle Kollegen, die skeptisch sind, ihre Mitarbeiter zu informieren. Letzte Woche habe ich einen Spruch gehört, der im Kern sogar wahr ist. Da sagte ein Chef, er hat gelernt, mach deine Mitarbeiter nicht schlau, denn du bekommst sie nicht mehr dumm. Den hatte ich vorher noch nie gehört. Im Kern hat er recht, denn die Informationen, die ich gebe, die haben eine Wirkung. Und tatsächlich muss man sagen, dass man diese Geister nicht mehr einfangen kann. Okay. Aber Sie sagen dennoch, meine Mitarbeiter müssen informiert werden. Was müssen Sie denn tatsächlich zwingend erfahren, auch wenn der Chef es vielleicht noch so ungern preisgibt? Also, wenn der Chef es nicht gerne preisgibt, dann stelle ich ihm erst mal drei Fragen. Die erste Frage ist, was glauben Sie eigentlich? Überschätzen die Mitarbeiter den Gewinn oder unterschätzen sie ihn? Nahezu 100% der Chefs sagen, mit einer größten Selbstverständlichkeit, die überschätzen den Gewinn. So, okay. Ist das denn hilfreich, für deine ganzen Aktivitäten Verkauf zu aktivieren, Fehlerkosten zu minimieren, Produktivität zu steigern? Nein, natürlich nicht. Okay. Seit wann weißt du das? Und was willst du tun? Und da gibt es nur eine Antwort für meine Begriffe, tatsächlich zu informieren. Wir hatten letzte Woche hier ein Seminar. Und im Seminarteilnehmerkreis, das waren Mitarbeiter, war die Meinung, wenn ich frage, wie hoch schätzen Sie den Gewinn bezogen auf eine Million Euro Umsatz? 300.000 Euro. Und das ist ein Riesenproblem. Also muss man informieren. Und ich glaube, man kann da ganz einfach anfangen. Man fängt mit den Dingen an, die die Mitarbeiter kennen. Das ist die Produktivität, die hat großen Einfluss. Es ist denen mal klarzumachen, dass bei 75 oder 80 Euro Stundenverrechnungssatz netto keine 30 Euro für den Chefs sind. Und das muss man denen einmal sukzessive erklären. Dann bekommen die ein Verständnis dafür. Also Gewinn und Umsatz ist so ein pikantes Thema, worüber Chefs nicht so gerne sprechen. Warum muss denn ein Mitarbeiter das verstehen? Ja, auch einfach. Wenn die Mitarbeiter Mitarbeiter sind und sie an den Unternehmenszielen mitarbeiten sollen, also sprich auch am Umsatz, auch am Gewinn, dann müssen sie diese Ziele kennen. Ein gutes Management im Handwerk hat einen Businessplan. Zu einem Businessplan gehört eine Umsatzplanung. Umsatz wird aber im Handwerk nur durch die erwirtschaftet, die draußen schrauben. Der Chef macht üblicherweise keinen Umsatz, sondern die Jungs, die draußen schrauben auf den Baustellen. Jetzt kann man so eine Umsatzplanung wie eine Käseglocke überstülpen, sodass im Unterbewusstsein alle erklären, Chef, du hast daneben geplant, und unterbewusst dagegen arbeiten oder die Mitarbeiter ins Boot nehmen und sagen, wir wollen eine Umsatzplanung machen. Was aber kein Problem ist. Denn wie macht man eine Umsatzplanung? Wie viele Stunden habe ich zu verkaufen? Was nehme ich für die Stunde? Wie viel Materialeinsatz habe ich? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Und dann kann ich eine Umsatzplanung pro Mitarbeiter machen. Und dann bekommt man das hin. Die Mitarbeiter wollen das wissen. Das Einfachste, um die Kosten zu senken, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Das Einfachste, um die Kosten zu senken, ist ein Beispiel. Ich nehme eins, was älter ist. Passt aber auf jedes. Es ging um die Handykosten. Es gab noch keine Flatrate. Wir hatten noch Handys, es waren noch keine Smartphones. Und die Handykosten stiegen. Dann haben wir eine Liste aufgehangen, wo wir nur die Namen drauf geschrieben haben und die Kosten daneben. Jeder guckte drauf und automatisch sind die Kosten gesunken. Also Transparenz in Zahlen hilft, das Unterbewusstsein, das Selbstverständnis bei den Mitarbeitern zu aktivieren. Wenn jetzt meine Mitarbeiter meinen Umsatz kennen, dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Gewinnbeteiligung. Da machen ja auch gerne viele Chefs die Ohren zu. Wie gehe ich denn da vor, wenn ich jetzt sage, ich gebe meinen Mitarbeitern ein bisschen was ab von meinem Umsatz, von meinem Gewinn? Ja, viele arbeiten ja schon mit Prämien und geben den Mitarbeitern etwas für besondere Leistungen. Ich glaube aber, dass die meisten Prämien zu Neid und Missgunst führen. Dass einige mehr Gelegenheiten haben als andere. Eine Gewinnbeteiligung setzt voraus, dass erstmal Gewinn gemacht wird. Zum Zweiten, dass man ein System definiert, wie ich den Gewinn verteilen will. Und dann bekommt man bei den Mitarbeitern über eine Gewinnbeteiligung schon ein gewisses Feeling für gemeinsam. Auch ich habe was davon. Tatsächlich kann ich nur raten, sich damit auseinanderzusetzen. Es setzt aber voraus, und das ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter zuvor so geschult wurden, dass sie auch Umsatz und Kosten im richtigen Kontext sehen und wissen, der Gewinn steht dem Inhaber zu. Der Gewinn ist da, um Wachstum zu realisieren, um Investitionen zu ermöglichen. Und wenn sie das dann wissen, haben sie auch ein Verständnis dafür, wenn der Chef davon was abgibt, ist das ein Zeichen größter Wertschätzung. Und da braucht man ein gutes System zu. Also unsere Erfahrung ist, Mitarbeiter teilhaben fördert die Gemeinschaft. Und ist ein Alleinstellungsmerkmal, immer noch. Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie sagen, Mitarbeiter sollen im besten Fall auch in diesen kaufmännischen Themen geschult werden. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere Betriebsinhaber, das interessiert Sie sowieso nicht oder ich habe keine Zeit dafür. Was sagen Sie dem? Also tatsächlich, Sie müssen geschult sein. Solange die Mitarbeiter ein falsches Verständnis davon haben, vom Stundenverrechnungssatz, vom Gewinn, solange sie nicht wissen, dass die Produktivität einen viel höheren Einfluss auf die Lohnselbstkosten hat, als der Bruttostundenlohn. Da reden alle über Bruttostundenlohn, ein Euro rauf, ein Euro runter. Was sagt der Tarifvertrag, was sagt der Tarifvertrag? Die wenigsten reden darüber, was leiste ich überhaupt, bin ich das wert, ob jemand 18 Euro bekommt, ob das teuer oder billiger ist. Das hängt davon ab, welche Produktivität hat er, welchen Umsatz realisiert er und welchen Deckungsbeitrag. Und das muss er verstehen, das kann man den Mitarbeitern vermitteln. Das ist kein Hexenwerk. Im Übrigen, immer wieder die Fragen, gestern Abend noch in der Veranstaltung, was ist Umsatz? Die wenigsten der Mitarbeiter können es erklären. Und wenn ich beim Überdeckungsbeitrag rede oder über Kosten, Variable und Fixkosten, dann wird es noch schwieriger. Also von daher kann ich nur raten, sich diesem Thema zu stellen und den Mitarbeitern mal zu erklären, wie es ist. Selbst Verkäufer konnten den Schulungen nicht erklären, wie sich 3% das Konto auf den Deckungsbeitrag auswirken, wenn der mit 10% kalkuliert ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Sie sich das Zahlen, Daten, Fakten, Frühstück haben einfallen lassen, oder was ist das überhaupt? Also das Zahlen, Daten, Fakten, Frühstück dient erstmal dazu, den Mitarbeitern eine Information zu geben, was gibt es Neues. Es gibt immer etwas Neues zu berichten. Also Sie treffen sich mit Ihren Mitarbeitern am Frühstück, so habe ich es mir vorzustellen. Genau, und da gibt es dann Neues. Richtig. Also wir treffen uns hier in dem Seminarraum und wir frühstücken und dann berichten wir über Neuigkeiten. Wer sind neue Mitarbeiter, was haben wir Neues zu berichten, Auftragseingänge. Aber wir reden dann auch über ganz wichtige Dinge. Zum Beispiel reden wir über die Produktivität und wir reden über Auftragseingänge. Wir können auch über Themen wie Forderungsausfall reden. Alle Themen können dort behandelt werden. Das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn Zahlen, Daten, Fakten, Frühstück, dass die Mitarbeiter immer wieder, und darum machen wir es ja nahezu monatlich, vor und nach Corona, dass die Mitarbeiter immer wieder mit den wichtigsten Kennzahlen konfrontiert werden. Ganz einfach. Wir haben keine Angebotserfolgsquote von 100%. Ist zwar hoch im Moment, nicht. Aber dann haben die einen eine Forderung, die fragen dann die Meister, warum habt ihr keine 100%? Und die Meister fragen, warum habt ihr so eine hohe Fehlerquote oder Unproduktivität? Diese Themen werden dann halt behandelt. Also Mitarbeiter wollen, sollen und müssen gut informiert sein, was bei ihrem Arbeitgeber los ist. Wenn wir jetzt bei dem einen oder anderen Zuschauer vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten konnten, dass das tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Was wäre denn dann Ihrer Ansicht nach der erste Schritt hin zu mehr Transparenz in einem Betrieb? Fakt ist, der Gewinn wird auf der Baustelle verdient oder auch leichtfertig verspielt. Fakt ist auch, Chefs beklagen, dass Leistungen nicht ordnungsgemäß dokumentiert werden und Materialien auch nicht so sparsam behandelt werden, wie es sein müsste. Und mein dringender Tipp ist, bringen Sie Transparenz in die Kalkulation. Sagen Sie den Mitarbeitern und erklären Sie ihnen, wie viel Material, wie viel Zeit kalkuliert wurde. Wie hoch der Deckungsbeitrag ist, der auf der Baustelle verteidigt werden muss. Geben Sie den Mitarbeitern die Preise. Nichts Schlimmeres, als wenn Chefs den Mitarbeitern die Aufträge geben ohne Preise und die Mitarbeiter dann beim Kunden gehen und sagen, geben Sie mir doch mal das Angebot. Und dann haben Sie es. Also die kennen die Preise. Und wenn man wirklich dafür sorgen will, dass die Abrechnung auf der Baustelle schon beginnt mit anständigen Aufmaßen, mit anständigen Abnahmen, dann müssen die Mitarbeiter auch über die kaufmännischen Inhalte von Arbeitszeit, Materialeinkauf und Umsatz informiert sein. Herr Steffen, vielen herzlichen Dank für diese Impulse. Ja, gerne. Also machen Sie Ihre Mitarbeiter gerne auch ein bisschen zum Mitwissern. Das kann nicht schaden und geht übrigens wunderbar auch mit unserem nächsten Teil, mit Teil 3 unserer Serie 1a Arbeitgeber werden sein und bleiben. Dann geht es um das Thema Kommunikation. Darüber gibt es einiges zu sagen. Also gerne wieder reinschauen. Dann geht es um das Thema Kommunikation.